Achte darauf, dass du zuerst mit dem High Heel, also mit der Ferse, mit deinem Ballen aufkommst. So wird dir der sichere Gang garantiert. Du hast die Beine also durchgestreckt und kommst mit der Hacke auf und rollst dann nach vorne ab. Viele sagen mir, meine High Heels sind einfach zu hoch. Es liegt wirklich sehr oft daran, dass sie gar nicht so hoch sind, sondern dass du einfach falsch trittst, dass du vorne zuerst aufkommst und nicht hinten auf der Ferse.